Sind wir bereit zu gehen? Versuchen wir's einfach mal. Mal gucken, ob wir, wenn wir da nachts zurückkehren... Hau ruck, hau ruck! Komm schon, Teleporter, funktioniere! Oh je. Drehrang 5. Fünfmal treffen. Au, fünfmal getroffen. So. Und was passiert jetzt? Wir sind weg. Komm mal her zurück, Leute! Ja, würde ich gerne. Aber warum passiert jetzt nicht das, was ich vorharte? Oh mein Gott! Wie sieht das denn hier aus? Oh man. Ach, das ist also der strebende Schrein? Es ist, als ob der gesamte Tempel ein lebendiges Wesen wäre. Ein Palast, der nicht von Menschen gebaut wurde, sondern von Wesen, die Sterne bereisen. Großartig. Das ist erstaunlich. Es sieht fast wie ein Filmset aus. Sehr witzig. Fällt euch nichts Wisseres ein? Sieht viel größer aus, als man von außen meinen könnte. Gut, dann los! Hm. Merkwürdig. Ja. Ich hole mal Helle in die Gruppe. Allerdings. Möchte ich erstmal hier drauf treten. Nähermitte Fluchtpunkt. Machen wir sofort. Wollen wir nach Nähermitte zurück? Ja. Wir wollen zurück. Weil das ist ja der letzte Dungeon. Da wollen wir ja noch gar nicht hin. So, wir kehren zurück. Und Roger steht da wieder. So. Da sind wir wieder. Sprühen wir ihn jetzt mal an. Meine Güte! Natürlich kann die eine Maschine auf der überlegenen Technik des Planeten Garmelians beruht unmöglich richtig einstellen. Aha! Oh, ihr seid es! Ihr könnt mir gerade recht, um mir bei meinem Experiment zu helfen. Hä? Welches Experiment? Noch ein Versuch? Helfen ist ja schön und gut, aber kommen sie damit nicht wieder in Schwierigkeiten? Ruhe! Diesmal geht alles glatt. Ich habe ihm das Transferprogramm perfektioniert. Hä? Na okay. Wollen wir doch mal versuchen. Jetzt dürfen wir wieder drücken. Okay, na dann los. Grrrr! Das ist großartig! Wow! Drehring 10. Oh ja. Das ist schön. 10 mal drücken. Leute, drückt mir die Daumen, dass ich schaffe. Da, schon vermasselt. Oh Mann. Nochmal versuchen. Ja. Willst du das nochmal versuchen? Na klar. Klar will ich es versuchen. Wow! Nochmal. 1. Daneben! Ey, das gibt es doch gar nicht. Schon nach einem Knüppel. Aber ist das ärgerlich. Ich muss das schaffen, Leute. Ich schaffe das schon. Ich gebe ja nie auf. Ja. So. Auf. 1. Meine Güte. Ist das langsam. Oh Mann ey. Ärgerlich. Ich gebe aber nicht auf. Ihr kennt mich ja. Einmal schnell was checken. Einmal schnell was checken. Einmal schnell was checken. So. 9. Okay. Gut. Wir versuchen es nochmal. Und wenn ich das jetzt 50.000 mal machen muss. Das ist mir pengen. Ich will das schaffen. Okay. Okay. Nein. Das war zu schnell. Weil ich weiß, was ich hier bekomme, wenn ich das schaffe. Deswegen will ich es auch unbedingt versuchen. Ist glaube ich das gleiche, was man bekommt, wenn man es an einer anderen Stelle versucht. Nein. Mann. Ich merke mir auch nicht, wie oft das Ding dann schon rumgekreist ist. Gibt es doch gar nicht. Zehnmal. Oh Leute. Mann. Mann, Mann, Mann. Das ist doch ärgerlich. Das ist so ärgerlich, Leute. Ich will es nochmal versuchen. Lustiges Kreisel drehen. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt einen kleinen Bildschirm. Ich würde einen am Föhn kriegen. Meine Güte. Vor allem der wird auf einmal schneller. Ist das ärgerlich. Aber ich gebe nicht auf. Ich gebe wirklich nicht auf. Das kenne ich nicht. Dieses Wort habe ich mal jetzt ganz spontan gestrichen aus meinem Wortschatz. Ich versuche es nochmal. Ich versuche es nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Nein! Mann! Warum kannst du dich einfach bei fünf stehen bleiben? Mann, Mann, oh. Ist das ärgerlich. Ich möchte das schaffen. Ich möchte das schaffen. Das ist ganz wichtig. So. Boah, gibt's doch gar nicht Mann, jetzt hat er den Knopfdruck nicht genommen Oh, ist das ärgolisch Ist das ärgolisch, ist das Oh Leute, steht mir bei Noch ein Versuch Meine Güte, ist das langsam Wenn man das nicht gewohnt ist, dass das so langsam ist Krieg man dann empfüllen, ehrlich, Leute Das ist ja fast so wie mit Keith jetzt In seinem Ring Mann Meine Güte Die Fehlversuche möchte ich gar nicht wissen Wie ich dich jetzt hier gerade meister Sollte ich es bis zum Ende des Videos nicht schaffen Werde ich jetzt Offscreen zehnmal klicken Und ihr werdet hören, wie ich dann abgehe Ihr werdet es hören Glaubt mir Mann Ist das ärgerlich Ich denke immer, dass ich so bei 6,7 ist bei mir ungefähr die Grenze Ich glaube, beim ersten Mal war ich bei 8 Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gezählt Ist das ärgerlich Vor allem die ersten sind noch so schön Da kann man ganz normal klicken Und dann wird es langsam unverschämt Mann Vor allem das wird Das wird auf einmal, wenn es nach unten geht, immer schneller Das ist zum Würgen Ist das zum Würgen, lieber Jürgen Auch Jürgen Der Erklärbär Der Erklärbär Naja Zack, 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 zack Meine Güte Kann das Ding nicht mal schneller laufen? Hm Na, ich will es nochmal versuchen, Roger Ich mache das so lange, bis ich jetzt schaffe Das ist mir jetzt peng Äh, ein, ein, ein H, 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 h so 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 und so und so und so und so und bäm 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 das wird so schnell g7 g eating beauty jury solltest mal wieder laufen lernen mein freund ganz dringend solltest du mal wieder laufen lernen Burm 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 bar behavi Mann, 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 ist das schön, ist das schön, ist das schön, ist das schön Hm, nochmal Ich versuch's nochmal, ich bin verrückt, ich weiß, ich versuch's nochmal Doink, 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 do meine güte geht ja gar nicht roger warum kommst du auf so einen trichter und ist das ding in zehn mal drehen warum warum verdammt nein tja liebe freunde ich sag dazu nichts mehr auch juri sagt nichts mehr ich werde es auf screen machen bis dahin sprach der reifen hat immer mehr